Guten Abend miteinander. Bui, Hans-Peter. Heute ein Thema. Auffällige Schweizer in deutschen Talkshows. Immer wenn Sie im deutschen Fernsehen jemanden über einen Juchen, der etwas extrem schnurrt, laden Sie einen Schweizer ein. Die Schwaben sagen sich halt Schweizer Gäste. Ich weiss, was ja um. Zum Beispiel die Nojojoa Illi. Eine malige Punkerin aus der Ostschweiz, die jetzt eine neue Stilrichtung gefunden hat, wo sie nicht mehr so laute Musik hören muss, aber die Anlage immer noch entscheidend ist. Weil es mir mehr Schutz bietet und mir auch die Gelegenheit gibt, dass man mich näher kennenlernt. Gut, was ist, wenn die Chlue ja gar nicht, die man näher kennen will. Die Deutschen sagen sich bei denen natürlich, du, die Schweizer redest, komm ich, das Weibervolk. Und den Hut umladen Sie zu anderen Schweizer Dis, die noch nicht zum Islam konvertiert ist, den Jojojojoj Serköppl, der für die deutsche Kontinentalpolitik Verizon schreit. Wir können ja nicht ein ganz Afrika aufnehmen, das geht nicht. Das kann niemand bezahlen. Das signalisiert die Deutschen, die Schweiz würde schon ganz eine A 4-K-ABG aufnehmen, Aber nur, wenn sie orientiert haben. Das gibt uns natürlich kein Deutscher zu sagen. Die können wir da gerne mit Menschen-Schicksal und so Weich-Schnäbeln-Zeugen. Auffällige Schweizer gibt es nicht nur im deutschen Fernsehen, sondern auch innerhalb unserer Landesgrenzen. Das weiss jeder, der ein paar WK gemacht hat. Die schwierigste Fiorent ist immer die Heimat Fiorent. Wegen dem Schweizer Greenpeace-Aktivisten, die Tujuyussen verhaftet haben, von der nationalen Jäätin hier in Fiala. Ihr habt den Club erklärt, wie die Tujuyussen so ticken. Das sehe ich immer wieder. Der Russ ist eine stolze Persönlichkeit, aber auch sehr, sehr verletzlich. Merke, der Schweizer, der dort in der Kirche ist, hat aus ethnologischer Unkenntnis Putin seelisch verletzt. Und darum stellt sich Frau Fiala jetzt schützend vor dem Fiala von Putin. Und damit soll man nicht... Ich habe einen Echtstatus auch hier. Die Demokratie-Kolonialisierung, die wir z.T. hier möchten stattfinden lassen, finde ich ehrlich gesagt ein wenig daneben. Auch in Wikipedia, da steht ja jeder Sechte drin. Ich habe die Demokratie-Kolonialisierung nicht gefunden. Jetzt muss ich ab von ihr auf ja anlassen, wegen solchen Plagiatsvorwürfen ihre Masterarbeit neu schieben. Aber wenn sie so weitermacht, wird das beim zweiten Anlauf nichts. Fertig. 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 Fertig.